Am tiefsten Punkt des Tales, in einem nahezu urwaldartigen Waldstück mit vielen kleinen Schluchten, befindet sich der Ursprung des Lehnbaches. Der sogenannte Mühlbraunerde-Buchenwald ist ein geschützter Faunaflora-Lebensraum. Typisch für diesen Wald ist die Rotbuche, Hainbuche, auch Bergauchern und Kiefer gedeihen in dem wilden Unterlamerklima sehr gut. Der typische Hallenbuchenwald mit Baumhöhen zwischen 30 und 35 Metern lässt aufgrund der dichten Beschattung begünstigt eine artreiche Krautschicht mit Waldmeister, Buschwindröschen und Seidelpast zu. An regnerischen Tagen empfiehlt sich ein aufmerksames Begeben des geschützten Lebensraumes, da es ein besonders großes Vorkommen an Feuersalamandern gibt. Der Feuersalamander ist generell in seinem Bestand gefährdet und befindet sich auf der roten Liste Österreichs. Ein achtsamer Umgang mit diesem Lebensraum ist besonders wichtig. Die Erhöhung des Nadelbaumanteils würde ihn zerstören. Mit Unterstützung vom Bund, Landsteiermark und der Europäischen Union. Drei Drei Untertitelung des ZDF, 2020